Das Basisfahrzeug selbst ist ein serienmäßiges, herkömmliches Fahrzeug, wie er bei jedem Händler zu kaufen ist. In unserem Fall mit einem 240 PS starken Motor, mit Doppelturbo, damit man die entsprechende Motorleistung hat, mit Allradsystem, Automatik, allen Assistenzsystemen. Also grundsätzlich ein serienmäßiges, weißes Fahrzeug, wie beim Händler gekauft, das dann durch einen entsprechenden Ausbau eben zu einem, in diesem Fall ein Notarzt-Einsatz-Fahrzeug, umgebaut wird. Dazu gehören die entsprechenden Signal- und Warneinrichtungen, Blaulichtbalken, Beklebung, Sicherheitseinrichtungen und so weiter. Das Wesentliche aber, oder das Herz dieser notfallmedizinischen Ausstattung, befindet sich natürlich im Inneren des Fahrzeugs. Und wir sehen hier, dass die gesamte Gerätschaft, das Notfallteam, Notarzt und Notfallsanitäter, um entsprechend dem letzten Stand der Technik durchführen zu können, die Gerätschaft hier im Kofferraum, im Stauraum des Fahrzeugs untergebracht ist. Es besteht hier die Möglichkeit, auf einem Vollauszug das Equipment aus dem Kofferraum herauszuziehen, damit das Handling etwas leichter ist. Es besteht dann auch die Möglichkeit, sollte sich der Notfallort auf der Straße befinden, hier auch in einer Ablage das Equipment entsprechend herzurichten. Nun, was gehört jetzt zu so einer Standardausstattung? Wir brauchen einen entsprechenden Überwachungsmonitor. Dieser Überwachungsmonitor ist eben nicht nur Monitor, sondern auch zugleich ein entsprechender Defibrillator, ist Herzschrittmacher und man kann mit diesem Gerät alle wichtigen Vitalparameter des Patienten messen und überwachen. Dann ganz wichtig, wenn es darum geht, im Falle eines Falles einen Patienten zu beatmen, künstlich zu beatmen, steht uns ein entsprechendes mobiles, tragbares, sehr modernes Beatmungsgerät zur Verfügung. Hier hat der Notarzt die Möglichkeit, einen Patienten nach entsprechender Intubation, das ist das Einführen eines Schlauchs in die Luftröhre, einen Patienten zu narkotisieren und dann entsprechend in verschiedenen Beatmungsformen künstlich zu beatmen, wie es eben auch heute auf einer Intensivstation passiert. Das Gerät ist tragbar und kann somit zum Notfallort entsprechend transportiert werden. Ganz wesentlich natürlich ist die Ausrüstung tragbar und mobil hier in Rucksacksystemen für das medizinische, wir sagen Kleinmaterial. Wir haben das hier in drei verschiedenen Rucksacksystemen verstaut, wobei hier der größte Rucksack der klassische Notarztrucksack ist. Wir haben hier Material eben zur Intubation, diese Luftschläuche, wie schon vorher erwähnt, Sauerstoffmasken, alternative Atemwege, ein wenig Verbandmaterial. Hier die Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie, Infusionen, Thermometer, Plutdruckapparate und so weiter. Und ganz wesentlich natürlich ein bisschen das Herz des Notarztrucksackes, haben wir ein entsprechendes Ampolarium zur Verfügung. Dieses Ampolarium bietet Platz für alle notfallmedizinischen Medikamente, die der Notarzt zur Versorgung eines Patienten vor Ort brauchen kann. Wie gesagt, die Ausrüstung ist so ausgelegt, dass alle Arten von Notfall, vom internistischen bis zum kynäkologischen, bis zum Kindernotfall, bis zum Verkehrsunfall, Polytrauma, Schädel-Hirntrauma, Schlaganfall, eben alles abgedeckt werden kann. Sehr kompakt und sehr mobil. In diesem Rucksacksystem, quasi als Ergänzung zum Hauptrucksack, alles verbracht, was zur Abwicklung und Bewältigung eines Kindernotfalls notwendig ist. Also das Ganze, was wir hier für Erwachsene haben, in entsprechender Form für Kinder. In diesem Rucksack hier, wir sagen dazu Sonderzubehörrucksack, ist all das Material verbracht, was zur Abarbeitung eines entsprechenden Notfalls ist, wo ein zum Beispiel chirurgischer Eingriff notwendig ist, bei schweren Thoraxverletzungen und dergleichen. Also in diesen drei Systemen, Rucksacksystemen, befindet sich das gesamte medizinische Equipment, das natürlich auch dann im Bedarfsfall in den Rettungswagen mitgenommen werden kann, mit dem der Patient transportiert wird. Hier sehen wir noch eine Absaugpumpe, die natürlich auch mobil ist und jederzeit entnommen werden kann. Diese Absaugpumpen hat aber auch der Rettungsdienst mit. Zusätzlich haben wir hier noch einen Verbau im Fond des Fahrzeugs, sozusagen hinter dem Fahrersitz. Hier gibt es noch einmal Laden und Kästen, noch einmal das gleiche Ampolarium hier verstaut wie im Rucksack. Sozusagen auch als Reserve sollte ein Folgeeinsatz stattfinden. Die Mannschaft nicht zum Stützpunkt zurückkommen kann, das Material nachzufüllen, kann hier das Ampolarium getauscht werden. Eine Auszuglade mit einer Heizbox, wo Infusionen entsprechend gewärmt werden auf Körpertemperatur, aber auch Medikamente in einem kleinen Kühlschrank entsprechend gekühlt werden können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017